Wir stehen hier vor dem Gambino 1530 aus dem Jahr 1936. Der hat im süddeutschen Raum an Popularität gewonnen, weil es im Garten- und Ackerbau verwendet worden ist. Das Besondere an diesem Modell ist, dass es wirklich nicht so gut ist. Ist alles zu diesem Modell? Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nein? Dann gehen wir jetzt weiter. Meine drei Herren, wollen Sie mir bitte auch folgen? Ja, gleich. So, zum Wohl, zum Wohl.